Als später dann das Kraut serviert, ist auch noch folgende passiert. Als eine Dame musste niesen, sah man aus ihrem Nischen spießen. Tausend kleine Silbersterne. Mach noch einmal, ich sehe das so gerne. So rief man rings am Rosse Freud, sah Dame wusste nicht Bescheid. Franziska Lemann sprach um Franz. So gab es noch dieser Krautsmethode noch noch eine nette Episode. Bei Hong Kong sprach ein Gast zu mir. Es hat mir gut gefallen hier. Doch war die Wohnung noch viel netter, hing am Weihnachtsbaum Lometto. Er konnte da gequantene Lächeln und sie noch frischen Lüfte fäscheln. Er sprach und klopfte immer auf Jäschchen. Im nächsten Jahr der Kauf in Frankreichs-Hatschen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Applaus